hallo und willkommen zu einem neuen video meinerseits heute schauen wir uns die neue arena der woche an und mal gucken wie viel glück wir haben schauen wir mal rein bei der wenn euch der content gefällt lief den like und follow da wird mir sehr helfen wenn ihr es live sehen wollt schaut mit meinem twitch kanal vorbei bevor wir eine richtige runde machen erstmal eine runde reingehen ins practice und wir gucken wie die wäsche sind was für die beste wäsche die wir verwenden können viele gegner okay fängt schon mal gut an mit ganz vieler kritzer auf union ja 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 Woops Der Auto war zu viel Egal, ich will nur practice fun, aber mal gucken, wie es hier passieren würde Da kommt der E-Span Double Bind, wooo Noch mal AOE Gut, dass ich bei Aowel den Skirt Power gedrückt habe Ja stimmt, du kannst Pyjama Wizard benutzen Der Boss hatte absolut keinen Bock auf die Runde Dabei habe ich schon die richtigen Earrings eigentlich drauf Ähm Habe ich zwischen eine Drehstunde Aruhe als guten Sub Nö, gell Gibt Licht, bringt mir nix Bei Union gibt es glaube ich auch keine bessere Sub-Einheit, gell Nö Ich kann aber hier noch Nö, ich glaube ich mache das Video nur auf Deutsch Da bin ich zu faul dann Ähm Stimmt, es gibt ja vier Standard-O-Ringe von Lichtgasset neuestem Ich vermute mal nicht Nö, 17 von 20 17 von 20 Ah Ah Wow Hast du ziemliches Glück mit deinen Drops hier Hmm Frage ist Lohnt es sich bei Megumin Ne Liga drauf zu machen Eigentlich nicht Vielleicht bei Wiz für eine schnellere Ulti Oder bei Aruhe für eine schnellere Ulti Ich lasse erstmal nur mal so Machen wir mal den Trainings ran Mal gucken was passiert wenn ich meine Ulti nicht zu früh zünde Habe ich gerade zwei Runs in a row in Crater Wave 1 bekommen Megustab fehlt noch Ja Ich kann gleich mal gucken Da kommt der Megumin Clotion Crit raus Da kommt der Megumin Clotion Crit raus Das Ey der könnte aber ne schöne Zahl, das muss ich mal sagen Uh Pokers Single Target Gut, gut Gut Nochmal Single Target Gut, gut Das ist wichtig Es hat Fragen Gut Eee Gut Eee 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 Was? Oh cool, stirbt davon? No! Oh! Grip Gunion Good basic miss Wie kriegen da Leute so Reißkosten? Grip Gunion Grip Gunion Das ist das Wettbewerb. Mego und Swaffe noch, da gebe ich vollkommen recht, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. More Explosive Damage. Union könnte sogar auch ihre Personal nehmen, jetzt klappt es sogar noch ein tick besser. Ähm. Hier zumindest das. Gucken, ob es mit einem Heiler-Front besser klappt oder nicht. Jetzt habe ich keinen Schadens-Buff mehr. Hits auf Mego sind vollkommen in Ordnung, das ist halb so wild. Wow, wow, wow. Habe ich zu schnell wieder Outdoor gedrückt oder weil einfach das Timing so bescheinert war, dass der Gegner schon angegriffen hat? Noch mal, noch mal, noch mal. Das ist gut, das ist gut. Wie viele Stichting das zuschneiden? Was Stichting das zu sagen, wie Sie sind, ist es, was Sie haben? Ich mache den Schleifern. Sie sind mehr als Schleifern gegen die Spiegel. Ich glaube ein Garchap wäre auch schon ziemlich praktisch, damit du es direkt ulken kann. Das war's für mich. Natürlich gehst du auf meine Ahu hier drauf, weil die wird jetzt dann vermutlich sterben. Oh, verstehe. Trotzdem ist der Schaden halt noch so gering hier. Wir haben zwei, drei dead, drei dead. Oh, nein. Ah, Mr. Bull. Jön, Jön, Emilia. Sollen wir das mal? Hey, was ist das? Noch mal raus. Ich will dir eine andere Assis geben. Ich will mal tauschen versuchen. Ja, ist okay, Handy, ist okay. Wisdom, du mal bitte. Hier geben wir die Clubwater. Mal gucken, was da rauskommt. Weil ich muss ja auch doch Winter, äh, Pyjama-Wisp benutzt. Das kann auch sein. Oh, Boss hat mal kein EOI benutzt. What? Uh. Ja, Prinze. Ja, Prinze. Ja, Prinze. Pride, wavelength, spinning wir nicht. Ich schnau dielle overweighten snapieren. Was ist, ihre Sicherheit nicht wegsubst? Du bist, die ärgerlich schön. Das ist,! Keine. Das roll wird ein ! Dusstion brauche! Das geht wieder. Ich muss das L Cort haben Hajle nicht. So vielfalls Gav könnte aber vielleicht sogar eine Idee sein, dass ich Hussenskill gebe und Megumi da vielleicht sogar Lias abgibt. Das war's für mich. Da kann es Teamheim, wenn alle voll sind, interessant. Das war's für heute. Hey, Testimon run. So I'm going to fight, fight, infect from the top ranks, so hey. No, no. Nein, ich muss hier auf Single-Tage-Duck-Kopper und Aue-Ruhe-Slot vorpacke. Weißt du, was ich machen kann? Ich versuche trotzdem mal noch mal kurz mit hier. Äh, wo ich einen Rerun mache. Damit kann ich geben, Amigo? Oh, das war so perfect RNG. Ja, Megumin hat mit einem Taikero Ulti ready, das ist sehr gut. Ulti ready, Ulti ready. Ulti ready. Schön, das ist unser bestmögliches Geheimnis! Ich kann nicht nur eine Bewegung nehmen. Ich kann nicht wirklich verlieren. Schön! 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 Oh, Union Ritchie crit, Boggertz. No! Oh! Da muss ich die . Ich bin euer Junge. Ich werde nur die Stimme ein bisschen warten. Ich werde die Stimme ein wenig ansprechen. Ich werde das euch lieb. Ich werde einen Szygertarget aufwis? Hahahaha J É Das war's für heute. Nee, ich glaub, so gefällt mir die Rotation am besten. Okay, dann würde ich auf einen guten Run so hoffen oder plädieren und würde anschließend versuchen, A, wohl mit Emilia zu swappen, weil wenn ich einen guten Run habe, kann ich versuchen, auch das ganze Spieler. Und auch weiter zu RNGs zu hoffen, weil dann kann ich mit Aru deutlich mehr Schaden raushauen als mit Emilia. Nicht Union. Oh, hier, yeah. No. Okay. Oh, schön. Tempest klingt doch gut. Danke, Yannick. So. Speedboost. Damage. Wo ist er, glaube ich, in der Ulti nicht ready jetzt damit? Ja. Ich habe jetzt nicht auf den Held mit Wegen gerechnet. Wow. Batmiss. So. Thank you. Nein! Oh! Oh, immedial ulti. Oh, immedial ulti. Okay. Ah, das war ein bisschen optimal geplayt. Hätte ich delayen können. Damn! Ich bin immedial da gestorben, da wo hier noch reinkommt. dem tempest 3,1 ist zumindest mein anfang ein diesen dran ich schreibe es erst mal auf ruhe ist doch hier versuch mein glück und notfalls wenn ich das leben ein ranking ist doch zu laut kann ich nur noch ruhe wechseln trocken dass ich da einfach noch mal getrunken der gut läuft das ist das jetzt ist mit ich bin so sorry alten aber ich denke ich mache mehr dmg without darkness sadly sadly um by the way i want to check one thing and want to see what's my best aruhe dps if i don't have winter aruhe because i don't have it and no writer aruhe of course too god that's bad settings yeah best i can do is megumi darkness as i do okay okay anything else i can optimize i don't think so let's pray for good wave one aren't she aka focus whizz and megumin then i'm happy nope megumin whizz that's some bullshit rmg that's some bullshit rmg ja let me guess i will e-spam when you kill my whole team what is this focus what is this focus on my union like what the yeah now there's the aoe spam bye bye union like what and instantly one bite good start game good start got me the first half not gonna lie oh no my app crashed oh no what happened oh no i have no areas command right now aton but if you want you just need enough channel points to redeem the 2000 points thing to get your custom command in there isd wo gg my whole team got binded two times in a row yeah that's the boss rng is rough 2000 channel points well janik we could make an eris command where it comes eris pets her chest you know by the way let's see if i can push yeah you need 2000 access points to get the command to redeem hey 340k is really good let's see if i can yeah 2000 there's an option to uh add a command and i don't know if it's actually out translated in english i hope so but yeah thanks let's see how much i can push my arrow i think one old level can help definitely a lot uh does it help in any way i mean yeah a bit don't want to do it oh come on let's let's push it once oh yeah then it's actually in uh german because these are actually commands suggested by twitch itself that's why i expected that it's translated in english automatically but i i guess switch this now i guess i need one young blood did i collect it already an arena car shop oh oh poggers more speed for my aru i guess i totally forgot to do that in global by the way the japanese arena boss is also really interesting i'll show you later how it looks that's more hp and some speed so maybe my arrow can finally survive some hits yeah the next one will be the attack one two more i don't expect to get actually two young bloods from excel arena so let's see let's see come on come on game be nice to me be nice to me hits on megumin nope okay whiz is okay that's also good i guess i'm on a little bit too many hits on my union that's for sure but you know the ranks were actually damn it now i need a basic on hit migu okay i got migu ulti off but the other two units got binded that's that's not good that's not good yeah it's not good yeah it's going to be done yeah it's good yeah it's good yeah it's good yeah it's gonna be awesome yeah it is yeah it is yeah yeah it is yeah it is ouch i think that's rip with maybe even yunyun oh close with yunyun, wow really close come back there yunyun, hang in there if you can do it, you can do it 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 no, chrono the alboret you're kidding me You got to be kidding me. Oh, oh, that hurts. And the bind on Union. Welp, one more try. Let's pray for better, aren't she, Luck? Let's do this. Hit Megumin, yes. Hit Megumin. K2, it's almost, that's also fine. No. I mean, a little bit of damage loss, but... Should be fine, I hope. No. Single target on Megumin? Sag? No catch. Still, that's totally fine. So fast, so good, actually. Are we crits? Come on. I can base it there, I can base it there. Rip Union? Oh, that single target on Union is really bad. Yeah, I have Bram. Yeah, I have Bram. He'll E-spam. I can say this, you know what I mean. Oh, I can say this. Oh, of course it's the bind on Wizz. I want to run away. If I can do anything, I can do anything. If I can suave this, I can do anything. All right, finally. I can use it. Oh, I can go. I can use it. Ich werde das Spiel aufwachen. Ich denke, ich habe das Gefühl. Ja, das ist eine Wehr, die Highscore. Ich werde das Spiel aufwachen. Ich werde das Spiel aufwachen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Ich werde es nicht mehr schlafen. Sache. Ich habe es einen Schrauben. Ich habe es einen Schrauben. Ich werde das Spiel aufwachen. Weil ich die Buflge nicht.